servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir schauen uns heute einen neuen artikel an den blizzard gepostet hat und zwar geht es dabei um ein weiteres feature von patch 10.2.5 und das sind die neuen character customization optionen oder letzten endes auf deutsch gesagt es gibt neue anpassungsoptionen für trolle und drenei und für hexenmeisterpads die wollen wir uns in diesem video einfach schon mal grob anschauen grundsätzlich sei gesagt ich finde diese sachen ehrlich gesagt mittlerweile ganz nice anfangs als blizzard dieses ganze customization ausgebaut hat war ich eher so weiß nicht brauche ich nicht aber mittlerweile muss ich schon sagen ich bin immer noch keiner der da jetzt viel an seinen chars rum spielt aber es gibt einfach die möglichkeit seinen char individueller anzupassen jeder kann das einstellen was ihnen am besten gefällt wie er sich vielleicht am besten repräsentiert fühlt und so weiter und so fort und letzten endes ich denke mehr auswahl ist eigentlich eine gute sache von daher gerne mehr davon würde ich mal behaupten so wir schauen uns an was uns blizzard hier präsentiert zum einen haben wir neue haarfarben für trolle wie gesagt wichtig sind hierbei es sind nur die haarfarben alles andere was ihr jetzt hier gerade seht wie dieses gesichtsmuster und so weiter und so fort das müsste es in der form schon im spiel geben oder gibt es wahrscheinlich im spiel allerdings wie gesagt ich probiere da jetzt nicht so viel aus deswegen kann ich es nicht beurteilen also wir haben einmal ein schickes blau wir haben einmal ein giftgrün dazu dann noch so ein bisschen lila da muss ich aber sagen es wäre mal an der zeit dass sie die texturen für die haare anpassen weil das sieht nicht gut aus dann so ein was ist das gelb gold und zu guter letzt haben wir noch ein sattes dunkelrot dann haben wir neue hautfarben für die drenei und das ist so ein eher dunkler skin tone lustig finde ich dass sie hier im hintergrund die sind das nicht sogar die treu frisuren teilweise auch so pinökeln stehen haben das ist ganz witzig und dann das was ich tatsächlich mit am geilsten finde auch wenn ich jetzt kein hexenmeister main spieler bin aber das sind die ganzen customization optionen für die pets wir haben einmal den tyrant also ich glaube tyrann ist es auf deutsch wir sehen dann hier die verschiedenen farben die das gute stück spendiert bekommt also das sieht teilweise schon ziemlich ziemlich nice aus gefällt mir sehr sehr gut wie man diese sachen dann bekommt ist tatsächlich noch nicht vollends bekannt also es wird wahrscheinlich so sein wie bei den droiden glyphen und reitformen dass ihr da weiß ich rare mobs looten müsst und keine ahnung also das wird man nicht einfach zugeschoben bekommen höchstwahrscheinlich und dann haben wir noch den dark glare also dieses auge und was ich da cool finde dass es nicht nur unterschiedliche farben sind sondern auch verschiedene erscheinungsbilder also hier haben wir den grimmig guckenden dude mit einem auge und einem leichten überbiss in weiß in lila in was ist das grün grau braun und dann haben wir hier ja so ein blau ton das geht dann aber tatsächlich noch weiter in diese form hier rein da weiß ich ehrlich gesagt nicht wo man die bekommt aber wenn man sich das mal anschaut das erinnert mich von der optik schon ziemlich stark an einen alten raid boss wenn ich mich nicht täusche und zwar aus mists of pandaria thron des donners durumu model und das ist tatsächlich durumu also wenn ihr euch den dud jetzt hier anguckt hör mal auf dich zu bewegen please brother wenn ich das mal anschaut und das model bis auf abweichung in der farbe ist es hat sich nicht sogar dieselbe farbe es ist sogar glaube ich derselbe farbton also dementsprechend kann ich mir stark vorstellen dass man dieses model bekommt wenn man du mut tötet kleiner tipp können wir uns dann aber auch noch mal anschauen wenn es soweit ist und dann haben wir hier noch einen grimmig aussehenden dud mit insgesamt sieben augen und noch mehr zähne und tentakel also hier wurde alles da der blizzard praktikant den regler für augen zähne tentakel auf max gedreht und abfahrt sieht aber nichtsdestotrotz wieder ganz cool aus grün rot blau hammer und sogar so ein schwarz ton das finde ich kommt ziemlich ziemlich geil mit den blauen augen hier schreibt jetzt blizzard visit the barber to get these fresh new looks also hier klingt jetzt so einfach geht zum zum ne barbier das wort hat mir gefehlt und ihr bekommt die looks auf der anderen seite würde ich trotzdem nicht ausschließen wollen dass man dafür was freischalten muss denn letzten endes das ist bei den droidenformen halt genauso ja ich muss zum barbier gehen um das ganze zeug auszuwählen aber ihr seht es hier viele sachen sind halt einfach gelockt und die muss man manuell freischalten also von daher einfach mal schauen was da auf uns zukommt und je nachdem wenn ich daran denke können wir da auch noch mal ein video zu machen und so die wichtigsten sachen abklappern damit danke ich euch recht herzlich fürs zusehen schreibt gerne mal in die kommentare welche dieser optionen ihr am coolsten findet ich muss sagen die dämonen form des hexenmeisters vor allem das auge finde ich sehr sehr nice bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen